Ein deutsches Märchen Die Glücksgaloschen Der General hatte das größte und schönste Haus der ganzen Stadt. Also als er einmal eine Party schmiss, kamen alle geladenen Gäste. Oh natürlich nicht! Die Zeit von König Hans war die größte Zeit in der Geschichte. Damals lebten alle ein friedliches und einfaches Leben. Die Menschen von heute interessieren sich nicht einmal mehr voreinander. Oh, da bin ich anderer Meinung. Die Umgebung wird sich ständig verändern und wachsen. Und die Menschen kümmern sich heute darum. Schau, so viele Gäste sind zur Party gekommen. Sie kümmern sich um mich. Der Stadtrat wusste, dass sich niemand um den Gastgeber kümmerte. Aber er wusste nicht, dass der General, wenn alle gehen, wieder allein im großen Haus sein wird. Ha! Nun, sie sind jetzt beschäftigt. Aber ich bin sicher, dass sie meinetwegen hierher gekommen sind. Nicht wegen des Essens. Ja, natürlich. Äh, Sir, ich fürchte, wir haben keine Gläser mehr. Keine Gläser mehr? Was meinst du damit? Äh, ich meine, es gibt keine Gläser mehr für die Gäste. Oh, ich weiß, was das bedeutet. Äh, aber sie haben gerade gesagt, äh... Ruhe jetzt! Besorg neue Gläser aus dem Lagerraum. Äh, ja, Sir, auf jeden Fall. Der Lagerraum ist der dunkelste Raum im Haus. Hier werden die unerwünschten Dinge aufbewahrt. Aber der Lagerraum des Hauses des Generals hatte in dieser Nacht etwas mehr zu bieten. Oh, mir ist ganz schwindelig. Ja, wer hätte gedacht, dass das Fliegen im Kreis so etwas bewirkt. Oh, was ist passiert? Sorgfalt, hast du Kopfschmerzen? Bist du auch immer im Kreis gelaufen? Ah, warum um alles in der Welt muss ich auf dich aufpassen? Du bist der Assistent des Glücks. Nicht meiner. Das ist nicht fair. Oh, es tut mir so leid. Aber du weißt, dass das Glück im Urlaub ist. Ich nehme nur dessen Platz ein, bis es wieder da ist. Es sagte etwas über, das Glück muss mit Sorgfalt behandelt werden. Oh, es muss mit Sorgfalt gepflegt werden. Hahaha, ja. Ah. Hm, du solltest es eigentlich wissen. Heute ist mein Geburtstag. Okay, gut. Dann werden wir heute etwas Interessantes tun. Oh, ich bin froh, dass du das sagst. Ich habe schon an etwas gedacht. Warte, was ist das denn? Ich habe sie noch nie im Vorratskeller gesehen. Das ist mein Geschenk an die Menschheit. Siehst du? Das sind keine gewöhnlichen Galoschen. Es sind die Galoschen des Glücks. Wer diese Schuhe trägt, bekommt, was er will. Wie? Was? Was? Was ist passiert? Ist das nicht das Tollste? Nein, das ist eine schlechte, schlechte Idee. Das bringt nur Probleme. Große Probleme. Die Menschen wissen nicht, was sie wollen. Sie sind nie vorsichtig mit ihren Wünschen. Oh, du denkst zu viel nach. Das wird eine gute Sache sein. Du wirst sehen. Oh, das werde ich. Und so wirst du es auch tun. Oben im Saal begannen die Gäste zu gehen. Oh, nein, 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 nein. Das sind nicht deine Schuhe. Seht sie euch an. Deine sind genau da. Aber die Galoschen wählten ihren Besitzer selbst. Oh, toll. Das ist es, wovon ich gesprochen habe. Niemand kümmert sich um diese Stadt oder einander. Der General lag so falsch. Ich wünsche es mir. Ich wünschte so sehr, ich wäre zurück in der Zeit, als König Hans herrschte. Oh, das hätte er wirklich nicht sagen sollen. Ich hätte dem General gerade sagen sollen, dass alle Gäste nur für die Party da waren und nicht für ihn. Das ist nicht fair. Wie konnten sie eine so große Fütze direkt an der Straße hinterlassen? Jetzt muss ich mir die Schuhe putzen. Wo ist der Bürgersteig hin? War ich falsch abgebogen? Warte, wann hat es aufgehört zu regnen? Pass auf, wo du hinläufst, Junge. Du, pass auf, Junge. Du darfst nicht mitten auf einer Straße reiten. Junge? Junge? Wie alt war dieser Mann? Und was hatte er an? Er muss zu einer Maskerade gehen, wo sich jeder wie jemand aus der alten Zeit verkleidet. Wo ist dieser Kostümball, zu dem ich nicht eingeladen wurde? Was machst du hier ohne Rüstung? Äh, das ist sehr großzügig von dir. Aber ich denke nicht, dass ich uneingeladen zum Maskenball gehen sollte. Ein Masken was? Und wer braucht denn eine Einladung, einen Krieg zu führen? Unser Königreich ist in Gefahr. Es ist unsere Pflicht, sie mit unserem Leben zu schützen. Der Sieg wird uns gehören. Der Sieg wird uns gehören. Der Sieg wird uns gehören. Äh, äh, oh, oh. Ihr nehmt eure Rollen sehr ernst, muss ich sagen. Verschwendet nicht unsere Zeit. Holen wir ihm eine Rüstung. So eine große haben wir nicht. Hol ihm ein Schwert und ein Schild. Ja! Yeah! Hör zu! Das ist ein Fehler. Ich bin kein Soldat. Ich denke... Äh... Angriff! Oh, er lebt. Werfen wir ihn in den Kerker. Er ist unser Feind. Nicht in den Kerker! Nein! Nein! Oh, ich bin eingeschlafen. Das ist eine Schande. Was haben Sie mir ins Essen getan? Oh, ich irrte mich. Diese Zeiten sind besser als die von König Hans. Niemand mag Krieg. Zumindestens kann ich jetzt wieder zurückgehen und friedlich auf meinem bequemen Bett schlafen. Oh, wer hat denn den Müllsack hier gelassen? Ich sollte das in den Müll werfen. Oh, wer hat denn die hier hingestellt? Hm, das ist seltsam. Ich habe sie noch drinnen hingestellt. Hm, jetzt wo sie hier sind, ziehe ich sie einfach an. Meine Füße sind kalt. Ah, oh nein! Ah, etwas mehr! Bitte, sag es nicht. Bitte, sag es nicht. Oh, ich wünschte, mein Körper wäre so lang, um die Tasche zu erreichen. Nein! Aber es war bereits zu spät. Wow! Wie ist das passiert? Ah! Das ist ein Problem. Wie komme ich nur da raus? Ah! Ich stecke fest. Ah! Was soll ich jetzt machen? Ich wünschte, der Müllsack wäre überhaupt nicht her. Was? Wo ist der Müllsack hin? Wünsch dir das Richtige, du Narr. Ist dir ein Geist in der Nähe? Warum passiert mir das alles? Bitte verschont mich. Ich wünschte, ich hätte nie diesen bösen Müllsack aufgehoben. Oh, endlich. Bleib weg von mir! Ah! Geist in der Tasche! Geist in der Tasche! Gerade als die Feen dachten, dass das Schlimmste nun vorbei sei, kam der Wachmann angerannt. Was? Was ist passiert? Wer schreit hier? Puh! Hier ist niemand. Was für ein Leben! Ich mache eine Pause von zehn Minuten und jemand schreit. Oh! Wessen Schuhe sind das? Oh, wow! Diese sind so bequem! Das müssen die Schuhe des Generals sein! Nun, ich darf ihn jetzt nicht stören. Es ist zu spät. Ich kann sie morgen zurückbringen. Ah! Wie glücklich und ehrenhaft es ist, der General zu sein. Ein großes Haus, Diener zu seinen Diensten. Was für ein Leben! Ich wünschte, ich könnte mit ihm tauschen. Er hat mehr Glück als ich. Ah! Was für ein tolles Leben! Ich habe jetzt ein großes Haus. Die Leute respektieren mich. Ich kann tun, was ich will. Wann immer ich will. La 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 la! Ha ha ha! Ha ha! Ich liebe mein Leben! Der Wachmann war jetzt eindeutig der glücklichste Mann. Aber wie lange wird der Reichtum einen zufriedenstellen? Na, mir ist so langweilig und so einsam. Was nützt dieses große Haus, wenn ich für den Rest meines Lebens allein leben werde? Na, ich wünschte, ich hätte etwas Gesellschaft. Dieser Wachmann ist viel glücklicher als ich. Er hat eine Familie, zu der er zurückkehren kann. Ich wünschte, ich könnte mit ihm tauschen. Er hat viel mehr Glück als ich. Oh, was für ein seltsamer Traum. Ach, ich bin dankbar für das Leben, das ich habe. In einer Stunde bin ich wieder bei meiner Frau und meinen Kindern. Ich habe wirklich mehr Glück als der General. Oh, eine Sternschnuppe. Es wird so schön sein, sie aus nächster Nähe zu sehen. Ha, ich wünschte, ich könnte bis zum Mond hinauffliegen. Wie würde sich das wohl anfühlen? Nein! Oh, oh, oh! Was ist passiert hier? Bin ich gestorben? Nein, wie ist das passiert? Hilfe! Aber wer würde ihm helfen? Der arme Wachmann flog hoch und weiter und weiter. Er hatte sich etwas gewünscht, was er nie wollte. Aber die Glücksgaloschen kümmerten sich nicht darum. Sie erfüllen jeden Wunsch. Doch jetzt war er auf dem Mond. Er verstand nicht, was passiert war. Er schlug sich selbst, um aus dem Traum aufzuwachen. Die Erde hing über seinem Kopf wie ein riesiger Ball. Der Wachmann war verängstigt und besorgt. Würde er nie wieder zu seiner Familie zurückkehren? Er lag dort auf dem Mond und weinte. Aber was ist mit dem Wachmann auf der Erde passiert? Hallo? Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Oh, was ist mit ihnen passiert? Der Fremde rief sofort den General und sie brachten den Wachmann in das nahegelegene Krankenhaus. Dort, auf dem Bett liegend, waren die Ärzte völlig verwirrt. Wie kann so ein gesunder Mann plötzlich aufhören zu reagieren? Hm. Wir werden noch ein paar weitere Tests an ihm durchführen müssen. Warum trägt er diese Schuhe auf dem Krankenhausbett? Schwester, bitte zieh sie aus. Hier, lassen Sie mich Ihnen helfen. Und der Verstand des Wächters war wieder da. Oh, Erde. 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 Meine Frau. Meine Kinder. Ich kann zu Ihnen zurückkehren. Erde. Süße, süße Erde. Letztlich ist er jetzt aufgewacht. Danke, Doktor. Ich werde jetzt gehen. Sir, ich denke, die gehören wohl dem Wachmann? Oh, ja. Ich werde sie ihm zurückgeben. Oh, ich bin diese Galoschen jetzt leid. Wir müssen sie zurückbekommen, bevor sie die Wünsche anderer erfüllen. Nun, der General muss sie irgendwo versteckt halten. Wir können sie nicht nehmen, wenn alle zusehen. Äh, hallo. Du siehst allein und traurig aus. Und? Was geht dich das an? Oh, es ist kalt. Du hast keine Schuhe. Möchtest du diese bequemen und weichen Schuhe tragen, um deine Füße zu bedecken? Nun, wenn meine Wünsche erfüllt werden, weißt du, was ich mir wünschen würde? Ich würde mir ein Haus zum Wohnen und jemanden wünschen, der sich um mich kümmert. Du weißt nicht, wie es ist, ganz allein auf der Straße zu leben. So wie du gekleidet bist, lebst du wahrscheinlich in einem großen Haus mit einer liebevollen Familie. Äh, ich wohne in einem großen Haus. Aber ganz allein. Ich verstehe deine Probleme, mein Junge. Möchtest du bei mir wohnen? Ich habe keinen Sohn und mein Haus könnte einen starken kleinen Jungen gebrauchen, der seine Meinung sagen kann. Was? Wirklich? Ho, 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 ho. Ja, natürlich. Begleite mich. Kann ich diese Schuhe tragen? Sie sind zu groß für dich. Ich kaufe dir neue. Und ich werde auch neue Kleider für dich kaufen. Und Spielzeug und Süßigkeiten. Magst du Süßigkeiten? Wow, ich liebe Süßigkeiten. Oh, siehst du? Meine Kaloschen brachten Glück. Stimmt, tatsächlich. Aber nur einmal, als niemand sie trug. Sei bloß nicht so stolz auf dich. Du hast einen Mann auf den Mond geschickt. Menschen brauchen diese Glücksgaloschen nicht. Alles, was sie brauchen, ist sich gegenseitig.